Über einen neuen Baum können sich die Kinder und Mitarbeiter des Kinderhauses am Elsterbogen in Hoyerswerda freuen. Am Montag ist die etwa vier Meter hohe Blutbuche gepflanzt worden. Dabei handelt es sich um ein Geschenk der Firma Jadus, die wiederum den Baum als Einzugsgeschenk eines Vertriebspartners am neuen Standort im Gewerbegebiet Nahrt erhalten hatte.